Kip Passer Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding und zu einer weiteren Folge Klartext Podcast und ich freue mich sehr, dass das funktioniert hat, denn ich begrüße hier eine Legende, einen Weltstar, jemanden, dessen Musik ich in meinem Leben immer wieder eigentlich mal gehört habe. Manche Hits habe ich richtig gepumpt, manche habe ich einfach nicht aus dem Kopf gekriegt, obwohl ich sie aus dem Kopf kriegen wollte und von anderen hast du einfach nur gehört, weil er halt immer gehustelt hat und weil er immer irgendwo unterwegs war. Ja und deswegen ist glaube ich für den späteren Teil des Podcasts irgendwann auch ganz interessant, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben, aber ich darf mit Stolz eine Legende im Hip-Hop begrüßen und einen der Helden meiner Jugend. Hier haben wir den einzigartigen DJ Tomek, was geht ab mein Lieber? Was für eine Begrüßung, was für eine Ehre. Ich gebe mir Mühe. Wie geht's dir? Danke, mir geht's hervorragend. Erstmal gut. Ganz gut, ich fühle mich sehr geehrt, dass ich hier mit dir sprechen darf. Ich bin sehr erfreut, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Was glaube ich erstmal als kleine Information für den Anfang, das können wir erstmal so stehen lassen, ist, ich darf den guten DJ Tomek seit einer Weile coachen. Hab da auch sehr viel Freude dran, wir beide haben schon sehr viel zusammen erreicht. Wir werden glaube ich auch noch viel auf den Sportaspekt zu sprechen kommen. Ich habe eingangs eine Frage, die mich sehr beschäftigt hat. Vor allem, weil ich bin in deinem Buch noch nicht so weit. Es steht bestimmt auch alles drin, deswegen an der Stelle schon mal. Die Biografie, ich lebe für Hip-Hop von DJ Tomek, könnt ihr euch selbstverständlich auch zulegen. Denn der Mann hat einiges zu erzählen. Wie gesagt, ich glaube, er hat mehr gesehen, als die meisten Menschen je sehen werden. Am besten direkt bei mir bestellen, kommt dann mit Widmung direkt zu euch nach Hause. Geile Sache. Deswegen schaut da rein, aber ich werde das jetzt mal aus der Perspektive machen für jemanden Unwissenden, weil es mich einfach so aus dem FF auch interessiert. Du bist Grammy-nominiert gewesen, Weltstar, Lieder mit Lil Kim, ging um die ganze Welt. Und das für einen Jungen, der hier aus Berlin kommt. Wann ist so der Moment, weil für mich persönlich, vielleicht kannst du sagen, es war anders. Für mich war es so, als wärst du irgendwann einfach weg von der Bildfläche gewesen. Kannst du aus deiner Sicht so schildern, ist das so ein Moment gewesen, der schleichend kam? Wie kam es dazu? Warum war das so? War das eine bewusste Entscheidung zu sagen, jetzt höre ich auf? Oder hast du dich so Stück für Stück zurückgezogen? Wie würdest du das beschreiben? Oder war es vielleicht nie so? Habe ich das nur so empfunden? Also aus meiner Perspektive hat sich eigentlich gar nichts geändert. Ich mache mehr oder weniger dasselbe, seitdem ich 15 Jahre alt bin. Auflegen, hustlen, das war früher Mixtapes verkaufen, dann irgendwann Platten produzieren. Und irgendwann natürlich mit der ersten Platte kam eine große Reichweite, eine große Aufmerksamkeit. Und ich muss dir sagen, für mich, aus meiner Sicht, hat sich das gar nichts verändert, weil ich mache immer noch dasselbe. Ich spiele immer noch Shows, ich produziere immer noch Tracks. Und so die Außenwahrnehmung, vermute ich, das hat einfach irgendwas damit zu tun, als junger Mensch gehst du so in diese Competition rein und sagst, okay, ich will jetzt nochmal, also bei meinem Ding war immer so, ich will jetzt Hits machen. Ich sehe in Deutschland, wie die Musik läuft und ich will, mein Ding ist immer, die besten Lieder zu machen. Und ich hatte natürlich ein großes Glück, ein gutes Momentum, ein gutes Team, ein guter Künstler, ich hatte einen vernünftigen Partner, der Marketing gemacht hat und wir haben einen Hit nach dem anderen rausgeballert. Naja gut, irgendwann, wie das so mit der Zeit ist, Familie, Kinder, Haus und so weiter und so fort und dann macht man ein bisschen weniger und bei den Shows sage ich, okay, ich schicke dann vielleicht einen Ersatz-DJ dahin. Und ich glaube, das ist so der Moment, wo man nicht mehr so hungrig vielleicht ist, wo man dann wahrscheinlich dann seine Lebensprioritäten ein bisschen anders legt oder so. Das heißt, ich mache nach wie vor dasselbe, aber natürlich jetzt vielleicht ein bisschen mit einem anderen Augenmerk oder so. Also die Motivation ist grundsätzlich immer noch dieselbe, aber ich würde nicht mehr mich verrückt machen, um irgendwie irgendwas zu machen. Deswegen, das meinte ich ja, ich glaube, das ist eine Sache, die muss man auch sagen, seit ich ihn jetzt kenne. Also er spielt und spielt und spielt und spielt Shows überall. Das ist seine Leidenschaft. Also das macht man nicht, wenn man es nicht will. Also er ist wirklich nonstop nur am Machen. Das stimmt, das hast du wahrscheinlich schon immer gemacht. Ich glaube, die Außenwahrnehmung oder das auch, was ich so wahrgenommen habe, ist per deiner Definition vielleicht, wann du aufgehört hast mit großen Labels, extra daran zu arbeiten und Marketing-Teams extra daran zu arbeiten, jetzt einen Hit zu machen. Also das war schon eine bewusste Entscheidung, würdest du sagen? Ich würde sagen 2005, 2006, 2007. Es ging auch nicht mehr. Ich war vielleicht acht Jahre so total krass am Durchpowern. Ich habe, du arbeitest ja, wenn du sowas machst, 18 Stunden am Tag. Also richtig morgens irgendwie um neun bis 14 Uhr Studio, Fernsehinterviews, irgendwelche Sachen, sieben Tage die Woche. Und ich war einfach auch ausgebrannt. Und ich denke nach Jump Jump 2006, 2007, 2008 war auch so ein Zeitpunkt, wo ich auch mitgekriegt habe, das geht nicht mehr weiter. Du kannst halt auch nicht sieben Jahre, acht Jahre, zehn Jahre hintereinander die ganze Zeit nur arbeiten. Das geht halt einfach auch nicht. Das heißt, das ist vielleicht so ein bisschen der natürliche Lauf der Dinge oder so. Würdest du sagen, du hast dich ein bisschen ausgebrannt? Hast du das auch gespürt? Ja, ja, unbedingt. Natürlich. Ja, ja, klar. Also komplett Programm mit Depressionen, mit Alkohol, mit Drogen, mit von der Bühne fallen und so weiter. Ach was? Einfach platt. Ja, ja, natürlich. Also gab es darüber Schlagzeilen? Hat man das mitbekommen? Wenig. Also hat man jetzt nicht so vielleicht drüber, das ist ja, früher gab es ja auch nicht so mit Internet und so weiter und so fort. Es gab eine Schlagzeile sozusagen, die dann, wo ich bei so einer Fernsehsendung war, die dann so ziemlich aufgebauscht wurde und da war auch so der Punkt, wo ich mitgekriegt habe, okay Alter, du musst ein bisschen kürzer treten und in deinem Leben etwas ändern. Das war so der Punkt, wo… Das war das Dschungelkehren. Ja, ja, genau. Das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay Alter, jetzt musst du einfach mal was anders machen im Leben. Das ist ein sehr interessanter Punkt, den du gerade noch genannt hast, weil ich hätte, wenn mich jetzt jemand gefragt hätte und ich hätte vermuten müssen, hätte ich auch gesagt, so dieses typische Sex, Drugs und Rock'n'Roll, was ja bei jedem irgendwie in der Medienbranche so ist. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich das einfach mal so versuchen darf, du gibst Gas, du wirst erfolgreich, du musst wach bleiben, du musst liefern, du fängst an Party zu machen, zu saufen, zu nehmen, wach zu bleiben, bist nonstop wach und dann irgendwann merkst du… Machst nonstop Vollgas. Kommt der Moment, wo du irgendwann aufwachst und merkst, ich kann nicht mehr, ich bin kaputt. Nee, du musst dich fragen, wo ist eigentlich meine Motivation, was mache ich eigentlich und da ist für mich klar geworden, ich bin DJ, seitdem ich Kind bin, ich liebe das Auflegen, ich liebe das vor Leuten stehen, deswegen mache ich das nach wie vor und bin die ganze Zeit auf Tour, aber so die Nummer mit unbedingt im Rampenlicht stehen und sich unbedingt im Gespräch bringen, das geht mir eher auf den Keks, ja, weil das ist, also ich habe im Dschungelcamp kennengelernt, dass es eine ganze Riege von Leuten gibt, die eigentlich gar keinen Job haben und auch nichts können, sondern eigentlich nur davon leben, von einer TV-Show in die andere zu gehen und sich ein bisschen wichtig zu machen, das kannte ich gar nicht, ich mache mein ganzes Leben lang, ich habe einen Job, weißt du, Auflegen ist ja wie ein Handwerk. Aber wie bist du dann da gelandet, wie war das? Ach, ich habe gerade, ja genau, ich habe ein Haus im Wald gekauft und ich habe die ganze Zeit gearbeitet und Management sagt so, sag mal, hier, du kannst ja irgendwie Urlaub machen, kriegst dafür irgendwie 50k für 14 Tage im Wald, dachte ich, perfekt, Digga, keiner geht mir auf den Sack. Das muss mich verarschen, aber so wurde es dir nicht verkauft. Doch, ich habe das nie vorher gesehen und so, dachte ich, okay, geil, Alter, ich mache Urlaub, 50k, 14 Tage im Wald. Haben die nicht gesagt, du wirst gefilmt, dann musst du nackt irgendwelche Schnecken essen oder sowas? Haben die das nicht irgendwie verarscht? Nee, 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 und das habe ich auch jetzt nicht so nachgefragt, ich habe mich da nicht so mit auseinandergesetzt und da dachte ich, okay, scheißegal, was soll schon sein irgendwie, ja, also genau, das ist der Punkt, wenn man zu viel macht und dann nicht ins Detail geht und ich meine, klar, ich hätte mich auch informieren können und ich hätte nämlich auseinandersetzen können. Aber ich verstehe dich, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht so sehr nachgefragt. Und ich habe, ich kannte auch diese Art von Leuten nicht, die es ja gibt, das gibt es ja heute ja mehr denn je, es gibt ja diese ganzen Reality-Shows, wo die Leute eigentlich im Prinzip gut aufsehen und gut reden wollen und ich habe ja teilweise immer noch mit denen zu tun, weil die fragen mich, ob ich denen ihre Platten produziere oder so und du kriegst mit, was das für Menschen sind, dass die eigentlich gar nichts können und auch gar nichts können wollen und so, das ist halt so voll eine andere Welt. Gar nichts können ist, glaube ich, eine Sache, aber nichts können wollen, Weißt du, genau und das ist so immer so dieser, der Weg des leichten Widerstands, okay, wie mache ich über mich reden, ich bringe mich jetzt in die Schlagzeilen, so, so, so und das ist eine Welt, in der habe ich nichts verloren, weil für mich war die Entscheidung für Fame auch eine bewusste, so das war eher so, okay, mir ist Fame eher unangenehm, ich weiß aber, wenn es einen gewissen Fame gibt, dann kannst du einfach mehr Gage verlangen. Ich wusste aber auch schon als 18-Jähriger, als ich mich dafür entschieden habe, dass Fame eben auch eben einen gewissen Preis hat, aber den Preis, wie krass der eigentlich ist, das wusste ich noch nicht, weil als die Geschichte damit im Dschungelkämpfer, also ich kann dir sagen, wo dieses Ding im Dschungelkämpfer stehen Paparazzi vor meiner Tür, durchsuchen Müll, stehen Paparazzi vor meiner Frau, vor meiner Babymama und sagen, sag mal, wir geben dir 3K, wenn du sagst, wenn du ein Statement jetzt gibst, du hast den verlassen, die rufen mich an, ey, bei mir steht Bild-Zeitung vor der Tür, die sagen, die geben mir 3K, wenn ich sage, ich habe dich verlassen, weil du keine Schwarze, ist eine Schwarze, so, weil das, dass du keine Schwarzen magst. Ich so, und machst du es? Naja, für 15 hätte ich es vielleicht gemacht, für drei ist mir zu wenig, sagt sie. So, fünf Minuten später ruft mich Truppe an, ey, Dicke, hier ist gerade die Bild-Zeitung vor der Tür, ich soll sagen, du bist ein Rassist, die haben mir 5K gerade angeboten. So, ich so, und machst das ist, nein, Dicke, spinnst du? So, weißt du, was ich meine? So, diese Welt, das kannte ich gar nicht, das nimmt ja irgendwann Ausmaße an, wo die Schlagzeile so viel wert ist, dass der Mensch sofort verkauft wird. Und das ist so, das war einfach eine Welt, in der will ich mich dann auch nicht so bewegen, so, weißt du, weil lieber gehe ich auf Hartz 4 und habe ein ruhiges Leben, ganz ehrlich, ich habe das alles schon gesehen, alles schon gemacht, aber die Lebensqualität, das ist ja unerträglich auf Dauer. Und wenn man sich auch mit solchen Leuten denn umgibt, du bist ja, du bist ja, du weißt ja nie, mit wem du zu tun hast und bist ja immer in einem Universum, wo du eigentlich gar nichts weißt, was da läuft, ja. Und deswegen war bei mir die Entscheidung, okay, was machst du eigentlich? Du liebst das Auflegen. Und da war eine Entscheidung, leider hat mein Partner mich auch verlassen zu dem Zeitpunkt, ich hatte eine große Agentur. Aber hat er dich wegen dem Vorfall verlassen? Ja, ja. Hat er gesagt, du, ich kann dich jetzt nicht mehr verkaufen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe so im Gefühl, du bist der Erste in der Geschichte, der gecancelt wurde. Ja, genau. Kann man das so sagen? Genau. Der Erste, der gecancelt wurde. Absolut. Genau. Und ich muss dir sagen, das war 2008 und wir haben jetzt 2023 und das ist das erste Jahr, wo ZDF, ARD und RTL gekommen sind und mich wieder eingekauft haben für Produktion und die alle auch gesagt haben, wir mussten es erstmal mit der Produktion abklären, das Internet vergisst nichts, jetzt war 50 Jahre Hip-Hop, wir mussten erstmal prüfen, ob wir dich überhaupt anstellen dürfen, ja, aufgrund deines Vorfalls von früher, aber haben wir grünes Licht bekommen. Also nach 15 Jahren irgendwann, wenn die Leute mitkriegen, du machst eh dein Ding, dann ist es auch gut. Aber das hat mich auch viel gelehrt, also über diese Mediensache, dass das einfach wirklich krass ist. Mein Partner damals ist zu mir gekommen, sagte, du, wir haben zwar eine gemeinsame Firma, ich kann die jetzt nicht mehr verkaufen, ich verlasse die Firma jetzt. Und dann stand ich alleine da und dann war erstmal so, okay, krass, was mache ich denn eigentlich? Okay, ich mache Mixtapes und lege auf, das mache ich schon immer. So, da drauf habe ich mir wieder selber ein Netzwerk von Clubs aufgebaut, ein Netzwerk von Touren aufgebaut und so weiter und so fort. Ich habe ein Riesenglück und eine Riesendankbarkeit, dass die Leute mir immer gefolgt sind. Sowohl das Buch als auch die Shows, da kommen Leute, die mögen mich einfach, da bin ich so dankbar dafür, weil dieses Auflegen ist so vom Herzen, das ist so, wie du Sport machst. Ich kann gar nicht anders, das ist ein Teil von mir. Und wo Corona war und ich ein halbes Jahr nicht auflegen konnte, habe ich geweint. Ich bin nachts weinend aufgewacht, weil ich nicht mehr auf die Bühne durfte. Mein Leben hatte keinen Sinn. Ich bin nachts weinend aufgewacht. Was hast du in der Zeit gemacht? Ich habe Bodybuilding gemacht. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben jeden Tag, mich den ganzen Tag mit Bodybuilding auseinandergesetzt. Kam das dann oder war das dann? Dann, nicht vorher? Doch, es war so. Pass auf. Ich hatte schon immer Trainer gehabt, also schon immer mit Leuten gearbeitet. Auch schon seitdem ich 20 war. Wir haben ein bisschen geboxt. Ich habe ganz früh, ja. Aber ich stelle es mir in der Zeit schwierig vor, in der du dann so auf Hochkonsum warst. Da war wahrscheinlich nichts damit. Doch. Wir haben ja trotzdem eine Stunde am Tag geboxt. Warum? Weil dann kannst du viel mehr Alkohol vertragen. Es ist ja so, ich habe ja eine ganze Crew gehabt. Wir waren ja zehn Leute im Nightliner und wir haben einen Boxtrainer mitgehabt. Haben jeden Tag eine Stunde geboxt und am Abend hat jeder zwei Flaschen Wodka weggemacht. Ich wollte gerade sagen, der arme Trainer war die ganze Zeit mit euch? Der hat auch mitgefeiert. Der hat mitgesoffen. Na klar. Luciano Robledo ist ein Berliner, ganz bekannter. Grüße geben aus Puerto Ricaner. Super Typ. Hat ein eigenes Gym und ist super Typ, war auf Tour. Wir haben jeden Tag eine Stunde trainiert. Wir haben auch einen Koch bei gehabt. Wir haben vernünftig gegessen, um nicht so fett zu werden. Ja. Aber trotzdem, also damit wir am Abend Gas geben können. So, dann als ich ein bisschen später war, habe ich mitgekriegt, dass die Nummer mit dem Sport gut ist für Konzentration. Habe ich aber ein bisschen Schwierigkeiten mit Alkohol gehabt. Ja. Oder einfach konnte nicht mehr aufhören. Ja. Dann habe ich so mit mir so Deals gemacht. Wenn ich jetzt heute wieder trinke, dann laufe ich zehn Kilometer. Jeden Tag zehn Kilometer gelaufen. Und dann waren so Deals, die ich mit mir gemacht habe. Genau. Und irgendwann, 2012, hatte ich eine Komplettwandlung. Ja, habe ich eine Komplettwandlung. 2012. 2011, 2012 habe ich eine Komplettwandlung im Leben. 180 Grad Drehung. Abstinent geworden. Warum gerade da? Kein Alkohol, keine Druck. Ein Vorfall, wo, steht alles übrigens in dem Buch, eins meiner Kinder ist verunfallt und sollte sterben. Und ich wusste nicht anders, so wie das ist, wenn dein Familienmitglied sterben soll. Ich habe gebetet, lieber Gott, zeig mir den Weg. Ich wusste nicht, ich war anders. Und da habe ich eine Antwort gekriegt. Du hörst auf mit Alkohol und Drogen, ich mache den Rest. Wie kam diese Antwort? Du spürst das im Herzen. Ich habe eine Woche durchgebetet und habe die Antwort für mich, die war einfach ganz klar, das ist eine ganz leise Stimme, die du hörst, wo du weißt, okay, das ist jetzt meine Antwort. Ich habe mit Gott gedealt. Ich wollte Pfarrer werden, so wie mein Mentor Curtis Blow. Der ist ja, machen ja ganz viele Rapper, dass die einfach so viel krasses Leben leben, dass die irgendwann zu Gott finden. Das siehst du bei Maze, das siehst du bei DMC, das siehst du bei Curtis Blow, dass die irgendwann ein Theologiestudio machen und Preachen und zu Gott finden und einfach, weil du einfach in der ersten Lebenshälfte so viel krasse Sachen gemacht hast, dass du in der zweiten Hälfte, damit sich das irgendwie ausgleichen, nur noch versuchst, ein guter Mensch zu sein. Ich glaube, das kommt auch so durch dieses Reflektieren. Ab irgendeinem Zeitpunkt, das ist mir auch aufgefallen, ab irgendeinem Zeitpunkt im Leben fängst du erst an zu realisieren, was du alles gesehen und erlebt hast. Und ab dem Moment wiegt die Last, glaube ich, auch sehr groß. Und du fängst auch an zu merken, dass jedes Wort, was aus deinem Mund kommt, eine Welt schafft, egal was du sagst und wie du dich verhältst. Das ist der Grund, warum du nicht mehr so, sage ich mal, etwas härteren Rap unterstützen wirst? Das ist auch der Grund, warum ich gar nicht verstehe, warum Leute so die meisten Deutschrap hören. Wenn du das als normaler Mensch hörst, das kannst du doch nicht hören. Also sorry, Worte haben Macht. Jedes Wort, was aus dem Mund gesprochen kommt, wird zur Realität. Das ist ja bei mir, sieht man das. Also es ist ja alles Realität geworden. Unterscheidest du dich nicht auch so in einem gewissen Punkt, wenn das Ganze so einen leicht satirischen Wert hat, weil es halt witzig ist, wie Wortspiele und das Ganze so ein bisschen Comedy-mäßig ist? Ja, super Beispiel. War ja bei mir zum Beispiel, ich habe ja einen Track mit Flair und Jump Jump. Das war ja so Satire eigentlich, ja. Es ist halt dieser Gangster-Rap, der auf, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich sage, wir sind ja ganz ehrlich, das ist Entertainment. Genau. Man macht, man macht im Sinne des alten Battle-Raps aus New York so ein bisschen, man macht seinen Gegenüber, der nicht da ist, ein bisschen runter. Und das ist eine super Frage, genau. Oder überhaupt so ein bisschen, geh nach Hause, du Opfer, wir brauchen dich, du Opfer, halt dich, Schnauze, du Opfer. Genau. Das ist so ein Battle-Rap. Und das Problem ist, wenn du mit den Leuten zu tun hast, siehst du, das ist ihre Realität. Du willst, das wird, weißt du, das ist das Problem, weil das Leben kann nicht unterscheiden. Das stimmt, aber das steht ja auf einem anderen Blatt, oder? Das ist ja, im ersten Moment ist die Musik, nehmen wir mal Flair, ist die Musik erstmal nur die Musik. Aber in der Realität willst du doch nicht, also ich will da nicht leben, ich will doch nicht leben, weißt du, was ich meine, deswegen mache ich gleich. In der Dundert, so. Weißt du, genau. Nicht nur Dundert, sondern erfunden, also der Erste, der das gemacht hat. Aber du willst ja dann quasi, wenn du weißt, plötzlich eine Person ist dann auch wirklich so, ab dem Moment distanzierst du dich natürlich. Total. Weil du kannst ja nicht gutheißen, wenn jemand dann abseits von der Musik Leute wirklich terrorisiert. Und sich selber Schaden zufügt und allen in seinem Umfeld auch. Genau, aber wenn es nur die Musik ist und derjenige vielleicht mit diesem Geld, das er verdient, Gutes tut, Gutes schafft und so. Ich kenne alle, aber ich kenne keinen. Ich kenne keinen. Kollege zum Beispiel? Wie wäre das Beispiel? Ich kenne den nicht privat genug, als dass ich dafür was sagen könnte. Ich gebe dir so einen. Ben kenne ich, der ist nett. Also da muss man wirklich sagen, der ist nett, der macht den Eindruck, dass er es unterscheiden kann. Nehmen wir diese Beispiele, die erschaffen ja auch teilweise Gutes, gehen irgendwie in andere Länder, tun Gutes, spenden und so weiter. Bei dem habe ich den Eindruck, der ist lustig und kann das wirklich alles unterscheiden. Kannst du sowas feiern? Ja. Ja, ja, schon. Das meinte ich. Das ist für mich eher so Unterhaltung. Aber das ist so übertrieben, dass du halt weißt, okay, das ist halt einfach so, weißt du wie, das ist einfach Kunst. Ja. Das meine ich. Genau. Das ist der Unterschied. Aber wo ist da bei dir der Grad? Das interessiert mich. Das ist eine gute Frage. Wo ist der Grad? Also ich habe ja auch schon mit Snoop recordet und Snoop zum Beispiel ist ja irgendwie fast 60 oder so, ja, und macht ja immer noch seine Snoop Dog Show. Da weißt du aber auch, okay, da ist irgendwie, das ist Show, aber da ist schon was richtig Böses auch da. Also da ist schon irgendwas richtig. Der Background kommt immer noch so ein bisschen durch. So diese, das kommt schon durch. Das sind doch manche Phrasen, das sind doch manche Phrasen, die das immer noch so signalisieren, diese Gangmentalität, ne? So wie es sich ergibt, wenn einer cool zu mir ist, bin ich cool zu dem, so, weißt du was ich meine? Leben und Leben lassen ist ja auch das Ding, dass ich, dass ich so bin, weißt du, muss ja, muss ja keiner, keiner so sein, aber in Hip-Hop ist ja Realness oder Authentizität der Faktor und wenn einer authentisch ist und gerade, dann ist das eine Sache, so und dann kann man ja immer irgendwie in einen Raum zusammenkommen. Nur gibt es aber auch bei mir im Studio zum Beispiel relativ, da bin ich relativ streng, kein weißes, kein grünes, kein Alkohol, das sage ich den Leuten vorher. Wenn die sich nicht drauf einlassen, gehe ich in ein anderes Studio. Ich sage, tut mir leid, das ist mein Zuhause. Ich habe auch, ich mag auch nicht, wenn Leute Groupies mitbringen. Ich hatte irgendwie, weißt du, so, dann sitzen da irgendwie vier Weiber da und Champagner und so, Dika, das gehört doch nicht ins Studio. Du bist doch im Studio. Also ja, ich habe es auch gemacht, aber da war ich 20 so und wenn die Leute 20 sind, dann weiß man, okay, man hat mit einem 20-Jährigen zu tun. Dann miete ich gleich ein Studio, gehe ich ins Pirates oder was. Das mietet man irgendwie für 15 Euro die Stunde. Dann weißt du, okay, wenn mir alles zu viel wird, kann ich nach Hause gehen. Oder der kann da machen, was er will. Aber es ist auch nicht zu Hause, ich will es einfach nicht zu Hause haben. Verstehe ich. Wenn man diesen Punkt jetzt betrachtet rückwirkend und diesen Punkt, an dem du dich dann gewendet hast, ist das doch mit sicherlich dann auch zwangsläufig einer der Punkte gewesen, der dich so ein bisschen aus der Szene rausgeholt hat, weil der Trend ging ja sehr stark mehr in Richtung hart, oder? Und das ist auch der Punkt, warum ich manche Jobs nicht annehme, manche Studiosessions nicht annehme, manche Produktionsfragen, Anfragen nicht annehme. Das ist der Grund, wo ich ganz klar sage, mein Leben geht vor. Und der Mensch, Tomas, muss als erstes mal im Leben ein gutes Leben haben, damit DJ Tomek den Dienst für die Leute machen kann, den er seit 30 Jahren macht. Auf die Bühne gehen, Lieder produzieren und so weiter und so fort. Das heißt, als erstes eine gewisse ethische, moralische und körperliche Hygiene und dann kommt der Raum für die Arbeit. Und das war früher anders und das ist wirklich, das ist mit 20 anders, weil mit 20 bist du so, bist du als Mann, okay, ich muss mich gegen andere durchsetzen, ich muss jetzt Nummer eins sein. Und irgendwann kommt im Leben ein Punkt, wo du sagst, nein, ich bin auch ein Mann, ich habe auch Kinder, ich habe auch eine Frau, die brauchen mich alle, ich muss auch ein Beispiel sein und ich muss auch ein Beispiel für andere sein. Und das ist das Ding, wo ich, wo ganz interessant, wo du mitkriegst, in Amerika sind ja einige, Russell Simmons ist ein gutes Beispiel, der ist ja auch auf so einem extrem spirituellen Pfad mit seinem Yoga und so, aber der Typ hat einfach auch, ich kenne die Geschichten, er ist mit Curtis in eine Schule gegangen, in eine Schulklasse, was die einfach an dunklen Sachen gemacht haben. Irgendwann kannst du nur noch diesen hellen Weg gehen, weil du weißt, die Dunkelheit war zu viel. Aber trotzdem, die Frage war eigentlich nach dem Sport. Ich habe irgendwann vor zwölf diesen komplett Turn gemacht, kein Alkohol, keine Drogen und ich habe immer so ab und zu mal Sport gemacht, aber eigentlich war Sport eher so lästig und unangenehm und so. Lästig und unangenehm, das heißt, ihr habt den Boxtrainer und so dabei gehabt auf Touren Aber das war nur, damit wir mehr saufen können. Das heißt, das war für dich nie so, dass du Bock hattest zu trainieren. Genau, genau, genau. Wir müssen das abhaken heute. Genau, 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 das muss abhaken. Genau, und das ist der Punkt. Das macht ja echt keinen Spaß. Nee, hat es ja auch nicht. Aber Rapstar zu sein, macht auch keinen Spaß. Ist auch eine Aufgabe. Weißt du, wie ich meine? Es macht ein bisschen Spaß, aber nur, wenn du es spätestens, wenn du es beruflich machst, dann ist es irgendwann keinen Spaß mehr. Was macht sofort, für alle, die das sehen, was macht überhaupt keinen Spaß? Sofort ein paar Punkte, um die Leute runterzuholen. Wie meinst du das? Als Rapstar. Was macht überhaupt keinen Spaß? Interviews. Interviews, Presse. Was, das hier macht dir keinen Spaß? Aber du, ich mache auch keine Interviews. Du bist mein Trainer, ich bin geehrt, ich schätze dich als Menschen, du bist ein Hammertyp. Danke. Deswegen fühle ich mich geehrt, dass ich mit dir reden darf. Ansonsten mache ich keine Podcasts, keine Interviews, kein nix. Tatsache. Das ist wirklich eine Ehre, muss ich hier an der Stelle mal sagen. Also ganz, ganz selten. Es ist ganz, ganz selten. Ich kriege relativ viele Anfragen und dann ist halt die Antwort, eine Stunde kostet so und so viel. Wenn du es bezahlen willst, können wir darüber reden. Wenn nicht, brauchen wir gar nicht anfangen. Was ist an Interviews an sich scheiße als Rapstar? Sagst du immer dasselbe? Na, warum sollst du denn deine Zeit für Fame verschwenden? Wenn die Leute was wissen wollen, können sie das Buch lesen. Ansonsten kann ich doch lieber kochen oder zum Sport gehen und mit meiner Frau chillen in der Zeit. Wozu? Als du Fame warst auf deinem Höhepunkt, haben die Interviews auch schon genervt? Ja. Ja, aber es ist das Problem mit Interviews. Es gibt immer einen reißerischen Faktor. Es gibt immer eine Schlagzeile. Das heißt, auch von diesem Podcast wahrscheinlich wird so kleine Snippets da sein und die müssen ein bisschen was Sensationelles haben. Ja, klar. Diese Aufregung ist furchtbar. Ja, das ist einfach so wie Journalismus funktioniert und ganz oft hast du besonders in den Mainstream-Medien, die zielen drauf ab. Das heißt, ein gutes Beispiel, wer war das denn? Ich glaube, dass war einer von deinen Kumpels, weißt du, wo du ein Interview mit der Bild-Zeitung machst, die sagen, du bist jetzt hier Head Coach so und so und dann steht der Annaboltrainer so und so, weißt du? So, Beispiel, ja? So, und das ist ja ganz oft so, dass du einfach Punkt, Punkt, Punkt wirst, ja? War das nicht im Weltinterview? Weiß es gar nicht mehr. Das weiß ich. Also, vielleicht hast du ja mal die Situation gehabt, ja? Ja, ich glaube, ja. Dass dir die Leute sagen, wir wollen ein bisschen deine Arbeit zeigen und dann siehst du und da steht da ganz was anderes. Dann steht da, weißt du wie ich, warum sollte man das denn machen? Jetzt verstehe ich, worauf du hinaus willst. Das heißt, ab irgendeinem Punkt gehst du vielleicht am Anfang ein Interview rein, weil du Bock hast, dich zu unterhalten. Ja. Wenn du zwei, dreimal merkst, was daraus gemacht wird, gehst du rein und hast fast schon Angst, was du jetzt sagst. Und auch, wie die Leute sind, so Smalltalk und so Showbusiness-Talk, ja, wir sehen uns morgen, Dicker, wir sehen uns nie wieder. Und wenn wir uns sehen, dann, weißt du, ich bin dann so, ich sag das dann gerade, ich sag dann gar nichts oder so, aber ganz oft ist ja so, dann ist man so voll nett zueinander, aber findet sich eigentlich voll, das ist ja voll krank. Das hasse ich auch. Weißt du, wie ich meine, das ist voll sick, so, wozu? Ich glaub, das macht einen, das sag ich immer wieder, weil Leute mich auch fragen, so irgendwie, ja, du bist ja tatsächlich so, wie du jetzt irgendwie auf Instagram tust oder so. Ich sag immer, wenn du das nicht machst, dann musst du ja quasi zwei Persönlichkeiten annehmen. Es gibt viele Menschen, die tun das, aber ich bin der festen Ansicht, das macht dich krank. Du wirst schizophren und krank. Absolut. Wenn du immer zwei Persönlichkeiten, ich kenn Menschen, die sind so und die sind, wenn sie off-cam sind, sind die krank. Die sind komisch. Die sind immer, wenn die Cam an ist, sind die so und wenn die nicht an ist, sind die so. Und ich bin der festen Ansicht, das macht Menschen krank. Und deswegen kann man das so gar nicht durchziehen, glaube ich, ohne, dass man verrückt wird. Genau. Und ich hab's, glaube ich, auch lange genug gemacht, um verrückt zu werden und bin dann verrückt geworden. Du hast so die ganzen Crazy-Zeiten, du warst doch bestimmt auch noch irgendwie in dem alten MTV-Studio gesessen und so weiter. Noch bevor es das alte MTV-Studio gab und hatten bei MTV auch eine eigene Show gehabt, eine eigene Game-Show hab ich da moderiert. Wie hieß die denn? Streetlife. Das war lustig. Das hat Spaß gemacht. Eine eigene Show zu machen. Mit, ich glaube, Tom Novy hat eine Frau, er hat und ich und noch irgendjemand. Ich glaube, Gülcan. Krass. Den alten Namen. Nee, ich hab ja richtig, also ich hab, also richtig Shows gemacht. Ich hab auch, weiß ich nicht, Top of the Pops moderiert und sowas. Aber ist eigentlich schade, weil das sind doch Sachen, die Spaß machen. Und dieses Ganze drumrum nimmt dir also Stück für Stück so ein bisschen die Energie dafür. Ja, weißt du, aber irgendwann, guck mal, so gut bezahlt sind die Sachen auch nicht, ja. Es ist so, wenn du zum Beispiel so eine Show machst, du kriegst vielleicht, wenn du Glück hast, 350 Euro, 400 Euro, sowas. Dafür ist aber ein ganzer Tag weg. Also, du verdienst mehr als 400 Euro am Tag. Wenn du 400 Euro am Tag verdienen würdest, könntest du deinen Job nicht machen. Oftmals ist es bei den Medien so, dass die Jobs relativ schlecht bezahlt sind. Das war ja beim Radio schon so. Ich war ja früher, also ich war ja erstmal zehn Jahre lang beim Radio. Oder mehr, ja. Und ich hab Radio zum Beispiel, das hab ich geliebt. Weil beim Radio ist das Medium Musik und Stimme. Das heißt, du hast trotzdem eine gewisse Privatsphäre. Und machst Musik und Stimme, das ist richtig schön. Und die Deals beim Radio waren bis in die 2000er so, dass man gesagt hat, okay, du kriegst hier Azubi-Gehalt, du arbeitest hier irgendwie Freitag fünf Stunden, Samstag fünf Stunden. Das ist so und so, kriegst irgendwie vielleicht 450 Mark im Monat oder so. Das ist eh schon wenig, aber dann ist der Club voll, okay. Aber irgendwann bei dem letzten Radiosender, wo ich war, hieß es, ja, du musst die Mixer anliefern, musst sie zu Hause machen und Geld gibt's auch keins. Ja, okay, dann kann ich auch direkt selber meine Mixer machen, weißt du. Ich hab's dann geliebt, in den Radiosender zu gehen, hab's noch lange genug gemacht. Aber wo es dann irgendwann hieß, ja, aber tut mir leid, unser Sender ist ab 22 Uhr zu und du musst die Mixer anliefern, dachte ich, nee, das macht, also warum denn? Ich hab auch schon gehört, also gemerkt, dass manche Medialen, also manche Medien sind sich ihrer Power so bewusst, dass sie das bewusst ausspielen. Ich kenne auch Leute, die wollen Formate, die sie gerade filmen und machen, die erfolgreich auf Social Media sind, zum Beispiel bei Netflix unterbringen und Netflix ist dann wirklich auch radikal so und sagt, wir überlegen's uns, aber wenn, dann ohne Bezahlung. Genau. So, du kannst froh sein, dass du hier stattfinden darfst, du produzierst es aufwendig, du musst das so und so produzieren, wir geben dir Vorgaben, wir nehmen das an, kriegen tust du nichts davon. Das ist die logische Weiterentwicklung davon und das gab ja jetzt gerade in L.A. einen großen Streit von Schauspielern, weil die natürlich durch Netflix so schlecht bezahlt werden, weil die sich bei Netflix ausgerechnet haben, ach so, wir haben jetzt die Preise so gedrückt, wenn die nicht bei uns arbeiten, kriegen die gar keine Jobs mehr, außer die heißen Robert De Niro und Julia Roberts, dann kriegen die gar keine Jobs mehr, also umgehen wir jetzt die Union, das heißt die Gewerkschaft und zahlen denen anstatt 30 Dollar die Stunde, die die Gewerkschaft sagt, nur noch 15. Und wenn nicht, nehmen wir andere. Funktioniert sowieso. Und genau so läuft das ein bisschen. Und da ist halt irgendwann der Punkt, wo du, also wo ich dann irgendwann nach meinem Deal mit Gott mir gesagt habe, Gott sorgt dafür, dass ich ein gutes Leben habe, ich bleibe einfach cool und mache nicht jede Scheiße mit. Um dahin zurückzukommen, das ist interessant, wie lange hast du gebraucht, um komplett aufzuhören? Oder hast du es von jetzt auf nachher gemacht? Also ich sage dir ganz ehrlich, ungefähr ein Dreivierteljahr. Ja, ein Dreivierteljahr. Kannst du aus der Zeit was erzählen? Na, ich bin zu so zwölf Schritte Gruppen gegangen, habe da irgendwie richtig zwölf Schritte Zeug gemacht, wie man das macht. Da macht man ja Inventuren, da gibt es ja Schritte. Hilft das? Top, das ist das Beste, was es gibt. Also ich habe zehn Jahre vorher Therapie gemacht, Therapie ist kommerziell, ein Therapeut wird immer bezahlt, das heißt Therapeut ist wie ein bezahlter Buddy, der dir eigentlich die Eier hält, entschuldige mal. Der sagt so, ja, Herr Kuklitsch, ist ja klar, dass Sie eine Depression haben, weil, naja, Sie arbeiten ja nachts jetzt hier fünf Stunden, jede Nacht bis fünf Uhr morgens, so und dann kriegst du eine Rechnung für hundert Euro. Toll, Alter, weißt du? Man warst nicht so begeistert. Und zwölf Schritte ist nicht kommerziell und da hast du einen anderen Typen, mit dem du sprichst. Das ist ja ehrenamtlich, die hält sich gegenseitig. Genau, das mache ich auch nach wie vor übrigens, ja, dass ich Leute sponsore und mit Leuten zusammenarbeite. Ja, selbstverständlich, das hat mein Leben gerettet. Hast du einem von denen vorhin von unserem Podcast eine Nachricht geschickt? Kann das sein? Heute? Ja, eben gerade. Weil du hattest sowas gesagt, er soll sich ein Kapitel nennen. Nein, das war ein Kumpel aus Spanien. Nein, das war ein Kumpel aus Spanien. Es war einer, der in der Situation ist, wie ich früher war, dass er keinen Sport macht, aber versucht abzunehmen. Pass auf. Jetzt kommen wir nämlich kurz zurück zu Corona. Ich habe erst mal wie ein Wahnsinniger, ich habe ja vorher schon ein paar Jahre Sport gemacht, konsequent jeden Tag. Und dann habe ich so viel Zeit gehabt, habe ich alles gelesen, was Essen anbetrifft, was Training anbetrifft, jeden Tag nur Training. Ich habe einfach 20 Stunden Zeit am Tag gehabt, die ich früher aufgelegt habe, habe ich dann gehabt, ich war im Thailand, wo es gutes Wetter, gutes Essen, erschwingliche Trainer gibt und hatte ein halbes Jahr nichts zu tun. Da habe ich einfach jeden Tag trainiert und den Rest des Tages bin ich in die 12 Schritte Gruppen gegangen und habe gelesen über das Essen. Dann habe ich angefangen Leute zu coachen und habe mitgekriegt, dass du auch nur mit Essen schlank werden kannst. Also es gab Leute, die wollten nicht zum Sport. Habe ich gesagt, okay, aber ess mal bitte vernünftig und habe denen mal Fotos schicken lassen von ihren Mahlzeiten und modifiziert und der Typ ist in drei Monaten schlank geworden. Und es gibt so ein paar Leute in meinem Umfeld, die einfach ab und zu noch so nach dieser Motivation suchen. Und ich sage denen, Dicka, bitte schick mir Fotos vom Essen und setze dich mal drei, vier Tage die Woche eine halbe Stunde auf dein Fahrrad. Und so wie das ist, oftmals sagen dir die Leute, warum es nicht geht. Und ich habe das vergessen, dass ich selber früher so war. Und deswegen habe ich ihm das geschickt, weil der hat das Buch. Das heißt aber für dich, weil ich glaube, das ist auch interessant, weil das ist ja präsenter denn je, Sucht in jeglicher Hinsicht. Du sagst tatsächlich, weil man versucht ganz lange da irgendwie selbst einen Weg zu finden oder mit Freunden zu reden, zu Therapeuten zu gehen. Du sagst für dich persönlich, sind diese Programme tatsächlich eine richtige Hilfe. Nicht kommerziell. Ich habe auch mit Stars, also wir reden von Hollywoodstars, ich habe mit A, Hollywoodstars gearbeitet dort. Das heißt, ich hatte natürlich das Problem, dass in Deutschland es ganz wenig Leute gibt, die den Level von Ruhm haben und wissen, welche Aufgaben damit verbunden sind. Habe ich tatsächlich jemanden gefunden, eine A-Schauspielerin aus Amerika, die mit Robert De Niro gespielt hat, die einfach mal 20 Mio im Jahr macht, die also die Problematik kannte, wie ist es denn, wenn man sober ist und trotzdem Entertainment macht. Weil das ist ja auch die Frage, wo gehst du hin, wo gehst du nicht hin, die ganz normal auch unentgeltlich mit mir gearbeitet hat. Wenn du die buchst, kostet die irgendwie 100.000 Dollar die Stunde und die hat da ganz normal unentgeltlich mit mir gearbeitet. Also das muss man sagen, so funktioniert das. Und das hat eben, führt dazu, deswegen spreche ich auch drüber, weil vielleicht es gibt genug Rapper auch, die Schwierigkeiten haben mit Drogen, die darüber sprechen und die die Billo-Lösung suchen, die dann versuchen zum Therapie zu gehen, habe ich 10 Jahre probiert, die versuchen so diese Abkürzung zu nehmen. Es gibt ja auch genug Rapper, einen von meinen, ich will jetzt nicht sagen Schützlingen, aber irgendwo schon, Sido, der ja sein letztes Album drüber gemacht hat, der hat noch ein bisschen so auch so einen Weg gefunden, wo er das in seiner Platte verarbeitet, aber im Endeffekt ist er doch genau dort angekommen. Und irgendwann kommt halt der Punkt, wo du dich für irgendwas entscheiden musst. Wer bist du denn halt? Und bei mir war das einfach die Entscheidung für mein Leben. Und da war das Leben auch wichtiger als die Karriere, auch wichtiger als der Job. Das ist einfach das Leben. Ich glaube, dass das Problem an der ganzen Sache ist, wofür sich viele bewusst entscheiden, ist, ich glaube auch in Sidos Fall, dass du dich halt irgendwann fragst, ich funktioniere sehr gut mit diesem Stack, ich funktioniere so sehr gut, ich bin so kreativ. Ich mache sieben Mio im Jahr, ich habe hier die dritte Villa, da ist die dritte Ehefrau, die mich verlassen hat, da ist das zweite Kind. Okay, wie viele müssen denn noch kommen? Will ich erfolgreich sein? Guck dir mal Boris Becker an, weißt du? Der zieht die Nummer seit 30 Jahren durch und lernt nichts. Aber was sagst du denn dann dazu? Das muss ich glaube ich auch noch sagen, weil da hast du bestimmt viel zu zu sagen. Ich persönlich finde, das nimmt nach dem Gangster-Rap eine noch viel schlimmere Entwicklung an. Wir haben momentan die Methode, dass Rapper immer mehr zum eigenen Image machen, dass sie Drogenopfer sind. Das ist ja jetzt ganz aktuell, nehmen wir Leute wie Tilo. Aber ich finde es jetzt krasser. Ich finde das krasser mittlerweile. Es ist krass, dass es durchgeht. Ich sag mal so, bei mir sieht man auch manchmal, ich hatte, also als ich früher zur MTV gegangen bin, wir hatten ein Interview um elf, zehn hatte ich zwei Flaschen Jägermeister getrunken. So konnte aber da sitzen, mein Interview führen. Bei Tilo habe ich, hast du neulich gesehen, der ist von der Bühne gefallen, hat man den Schlag, der ist von der Bühne gefallen. Mann, das tut mir ein bisschen leid, Alter, der Typ ist 20, 22, ich verstehe ihn auch, ja, weil ich war auch so, dass ich gesagt habe, okay, Alter, da, Nummer eins karriere. Du hast quasi versucht, das ein bisschen unten zu halten und von der Musik zumindest ein bisschen wegzuhalten. Ich glaube, diese Extreme, die kamen so, Kappi, Samra und so, die einfach wirklich zur Methode gemacht haben, ein Junkie zu sein und das cool gemacht haben nochmal. Während vorher Leute wie Kollegah und Farid Bang eher so ein bisschen in die Richtung gegangen sind, Junkies sind scheiße, wir trainieren, wir sind die harten Jungs. Das ist wieder eine Rückentwicklung, finde ich. Vom Image einfach. Es gibt alle, ich glaube, es gibt alle Facetten und was du willst, kannst du dir, es gibt auch genauso spirituelle Rapper, das finde ich ganz interessant, mich schreiben relativ viele Rapper, die Yoga und Spiritualität machen. Es gibt auch christlichen Rap, es gibt auch christliche Rapsampler, es gibt beim Rap die komplette Bandbreite und Hip-Hop ist im Prinzip alles. Und ich glaube einfach, dass alles, was Schlagzeilen macht, ich glaube, das ist eher Journalismus, dass das denn die Schlagzeile ist. Es wird halt die Methode. Es wird auch nicht besorfen von der Bühne gefallen. So, okay, ja, aber Curse macht da seinen Yoga-Workshop irgendwie und das gibt's auch, darüber wird nicht so viel geschrieben, ja. Da hast du recht, Mann, ja. Aber das sind ja dann eigentlich genau die verlorenen Kinder und Werte, die du jetzt auch ansprichst. Man kann denen nur die Daumen drücken, guck mal, bei mir hat's ja geklappt, Gott sei Dank, man kann denen nur die Daumen drücken, deswegen gehen auch solche Leute wie ich vor Kameras und sprechen auch darüber. Und es gibt ja viele, Russell Brand macht das zum Beispiel auch, der spricht auch ganz offen über seine Genesung, die irgendwann auf diesem Pfad waren, die irgendwann zur Normalität gefunden haben, darüber sprechen, das teilen und das auch ein Teil von ihrem Leben ist. Danny T macht das, ist ein Hollywood-Schauspieler, Russell Brand macht das, Marlon Brando hat, also es gibt ganz viele. Ich glaube halt, dass bei dir, wenn ich das mal so schätzen darf, wahrscheinlich mehr Stimmen damals schon immer um dich rum waren, die dich mochten und gesagt haben, ey, du musst kürzer treten, Bro. Und ich glaube, dass bei einem Thilo, die Leute, wenn er von der Bühne fällt, sagen, Bro, Alter, du hast so abgerissen, du bist schon wieder von der Bühne gefallen. Ich glaube, die Kommunikation ist anders, wenn das dein Image ist. Ich glaube, er wird gepusht dahingehend und ich glaube, bei dir war das eher so ein bisschen immer noch so verpönt. Du wolltest es eigentlich immer loswerden. Ihm wird suggeriert, das ist gut so, das muss ich sein, das bin ich, das ist mein Image, das ist mein Erfolg. Ich habe das nie so auf die Fahne geschrieben, das stimmt, wir haben mehr gesmoked irgendwie als alle anderen. Gesmoked hat ja jeder quasi, das war so die Zeit. Ja, ja, genau, gut, ja, okay. Rapper waren Kiffer, so. Ja, ja, genau, 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 aber das war irgendwie bei mir nie ein Teil vom Verkaufskonzept, sage ich mal. Das fand ich auch scheiße, das hat auch wieder was mit meiner Herkunft zu tun, weil ich bin in Berlin auf der Straße groß geworden, im Heim und da haben alle getickt und für mich war so, okay, ticken will ich, also was heißt alle, viele haben entweder getickt früh oder waren Zuhälter oder die Mädels waren halt anschaffen. Und bei mir war, okay, ticken will ich nicht, weil das geht nach hinten los über Lang, Zuhälter will ich nicht werden, weil das passt nicht zu meinem Charakter. Und meinen Arsch verkaufen kann ich auch nicht, weil ich ein Typ bin und irgendwie das passt nicht, kommt nicht in die Tüte, so. Okay, so, aber ich habe da dieses Ding, was ich kann, ich konnte halt gut schreiben, ich konnte gut zeichnen und das mit dem Auflegen, da hatte ich einfach richtig einen Zugang, einen Talent dafür und ich habe mich auch für diesen Weg entschieden und das ist auch Hip-Hop für mich, um nicht Drogen verkaufen zu müssen, weil schon als Kind klar war, okay, die Alternative ist halt Drogen verkaufen. Und das wollte ich einfach nicht. Und das ist aber bei ganz vielen, so ist ja Hip-Hop auch entstanden, weil die Jungs, die schwarzen Jungs in der Bronx sich ja irgendwann gesagt haben, so, es gibt irgendwie, du kannst zur Armee gehen, du kannst Drogen verkaufen und dann später kamen noch Rapper oder NBA-Star. Das sind die vier Dinger, wo du irgendwie Leben haben kannst. Würdest du dann jemandem, der gerade auf dem Pfad ist, wie zum Beispiel ein Thilo oder irgendjemanden, genau für so einen Song, in dem Sandys gepoppt werden und was weiß ich, würdest du mit ihm zusammenarbeiten, um zu sagen, vielleicht kann ich guten Einfluss auf ihn ausüben oder würde ich sagen, nein, ich supporte das nicht? Ich würde mit ihm zusammenarbeiten, weil ich seine Mucke feiere. Ich habe den Titel gehört und der Titel, also der Titel war so gut, fand ich, dass ich fand den richtig gut. Ich fand ihn richtig super. Also das ist einer von den deutschen Künstlern, wo ich sagen würde, genau der klingt gut zum Beispiel. Also dir geht es dann auch quasi nur um die Melodie und nicht mehr um die Message? Naja, was heißt die Message? Der ist 20, der schmeißt sich seinen Scheiß halt so, nach dem Motto. Ich habe auch manchmal Leute, die mich buchen für Sessions, die zum Beispiel im Studio trinken. Wie gesagt, ich gehe dann nicht in mein Studio, sondern buche ein externes und weiß auch aufgrund meiner Erfahrungen, wie ich mit denen umgehen soll. Weil ich weiß, okay, jetzt hat der so viel getrunken, dass er nicht mehr klar spricht. Wenn er nochmal eine halbe Flasche trinkt, kann er die Texte nicht mehr lesen. Das heißt, er braucht einen größeren Zettel. Wenn er nochmal eine Flasche trinkt, muss ich die Session abbrechen, weil dann wird er eklig zu der Rapperin und fängt an, die anzufassen. Ja, oder komisch oder wie auch immer. Vielleicht wird es ja auch nett, vielleicht sind die das auch gut. Weil das kannst du ja dann alles einschätzen. Dein Business spielt sich doch, ob du willst oder nicht, auch genau zwischen Drogen und Alkohol ab. Wenn du auflegst in diesen Sessions, hast du niemals irgendwie so ein bisschen, also ist das nicht schwer für dich, das zu sehen? Das ist mein Weg. Komischerweise ist das mein Weg. Und zu mir kommt, ich spiele ja mit so einem DJ, der kommt zur Begrüßung, das ist einmal, dass die Leute zur Begrüßung kommen, ich will zu einer Nase hinter der Bühne. Nein, Dicker, ich bin sauber, lass mich in Ruhe. Nicht heute, nicht morgen, nicht das nächste Mal. Quatsch mich nicht mit deinen Nasen voll. Das ist einmal eine Ansage und dann kommt es nie wieder. Und oftmals ist es aber, dass die Veranstalter zum Beispiel, manchmal hat mich einer gebucht in der Bar und der stellt sich auf die Bühne und schüttet Champagner und macht und tut. Das war halt ein bisschen lästig, weil Champagner stinkt und weil er halt meine Platten, der Champagner kam auf meine Platten und das tut mir einfach so richtig anstrengend. Das ist mein Arbeitgeber halt, weißt du? Und der ist auch wahrscheinlich der größte Dealer da in der Region, weißt du? Okay, das kommt halt damit, aber das ist Gott sei Dank, deswegen sage ich, das ist mein Weg, das mache ich, seitdem ich Kind bin. Es ist was anderes, was jetzt eine Rolle spielt. Ich spiele jetzt zum Beispiel nicht mehr so oft Shows nachts, weil es mit Bodybuilding zusammen nicht geht, weil ich da einfach keinen Bock habe. Darüber haben wir gesprochen. Genau, also ich habe ja, das war jetzt das erste Jahr, wo ich mich bewusst auch entscheide, Shows anzunehmen, die in der Durchführung einfacher sind, also sprich um 10 Uhr zu Ende sind und wo ich in Berlin spiele, wo ich nicht so weit fahren muss, weil ich weiß, ich hätte in der Schweiz eine Show, die bringt fünfmal so viel Geld, da muss ich aber hinfahren, bis fünf Uhr morgens auf der Bühne stehen und zurückfahren und bin die ganze Woche im Arsch. Macht also keinen Sinn. Das heißt bewusst auch sagen, okay, ich nehme weniger Geld mit, aber dafür bleibe ich in meinem Rhythmus. So war ja meine erste Diät möglich. Ich habe ja mit dir zusammen, du coachst mich seit April, seitdem habe ich riesen Fortschritte gemacht. Ich habe vorher mit drei, vier Coaches gearbeitet. Du bist mit Abstand der Beste. Ich habe dich lange verfolgt, bevor ich mich getraut habe, dich anzusprechen. Bestimmt anderthalb Jahre, alle Videos gesehen und fand ich natürlich total, ja gut, du bist ja so, man hat ja auch Ehrfurcht so, weißt du, so Internet-Celebrity und so ein krasser Typ, Trainer, ja. Und dann weiß man auch nicht, auch aufgrund so ein bisschen der Status, habe ich auch manchmal nicht so Bock, mit Leuten zu kommen, das war jetzt bei dir nicht, war mehr so, na wie sagt man, so Ehrfurcht oder sowas, weißt du, und so. Krass. Genau, und jetzt arbeiten wir das erste Jahr miteinander, seit April, ja, so. Und aufgrund deines Expertise, ja, ich hatte zum Beispiel Trainer vorher, die haben mir gesagt, ja, mach mal fünfmal die Woche Cardio, aber haben nicht gesagt, wie viele Minuten und haben nicht gesagt, wann. Oder nimm mal das und das, mach mal TRT und dazu nimmst du Letrosol und so weiter und so fort. Aber genau, aber irgendwas irgendwie so. Genau, irgendwas einfach so irgendwie. Und das ist ja bei den meisten leider das Problem. So. Dass die irgendwas erzählen, irgendwie völlig unexpedienter. Deswegen liebe ich übrigens deinen Ansatz, wo du sagst, guck mal, das ist doch bei dir auch so. Du machst doch weniger Bodybuilding, damit du deine Ausbildung machst als Heilpraktiker. Das ist doch eine bewusste Entscheidung bei dir, dass du sagst, ich könnte noch vier Kunden mehr haben und würde noch XY mehr verdienen, aber mir ist es wichtig, in meiner nächsten Lebensphase Heilpraktiker zu sein, weil das mein Ding ist. Das ist mein Weg und das ist meine Mission. Und da habe ich riesen Respekt vor. Und das kriegt man, naja, es ist so wirklich so. Und da weiß man, okay, der Typ ist den Weg gegangen, weiß, was es heißt, Bodybuilder zu sein, weiß genau, wovon er redet und gibt ganz klare Anweisungen. Das ist genau das Ding. Also erstmal fühle ich mich da natürlich mega geehrt. Wir können auch die Story gleich nochmal ein bisschen aufrollen. Ich würde nochmal, bevor wir da hinkommen, jetzt waren wir auch schon bei deinen Gigs, woran wir jetzt gerade arbeiten und allem Möglichen. Ich würde gerne nochmal da einsteigen, wo wir dann quasi, wo du zum Sport gefunden hast, bei dem Moment und jetzt entwickelt sich tatsächlich, das würde ich gerne wissen, wie hast du dich entwickelt zu dem, was du heute bist, sportlich gesehen? Pass auf, 2018. Und was hat der Sport dir so gebracht? Also nachdem, ich habe ja früher viel Alkohol getrunken. Alkohol ist Zucker, da bist du zuckersüchtig. Denn wo ich sober geworden bin, bin ich natürlich fett geworden erstmal. 2018. Du hast bestimmt ein Bild im Buch, oder? Da muss man mal gucken, ob da ein Buch drin ist. Ich meine, da sieht man schon, da sehe ich schon ründlich aus. Ja, ja, genau, wir blenden da was ein. Also schon richtig so, richtig gut genährt, ja. Du hörst dann auf, Alkohol zu trinken, dann bist du richtig gut genährt. Dann sagst du, scheiße, ich sehe aber kacke aus. Du kannst nicht sober sein und erzählen von einem guten Leben und aussehen wie Bernhard Brink. Das geht nicht. Ja. Du kannst nicht bringen. Das ist einfach unglaubwürdig. Also sorry, aber das ist einfach unglaubwürdig. Weißt du, was ich meine? Das geht einfach nicht. Du kannst nicht sagen, Leben ist geil und aussehen wie ein Penner. Ja, geht nicht. Geht nicht so. So, pass auf. Und dann hatte ich 2018 in den Zwölf-Schritte-Gruppen einen gefunden, der so große Muskeln hatte. Das hat mir imponiert. Und der war auch total gechillt. Der war dann mein Sponsor. Der war so, und der hat mich als erstes zu einer Vipassener-Meditation geschickt. Das war sensationell. Ich habe also zehn Tage am Stück meditiert. Das war eine lebensverändernde Erfahrung, weil du meditierst zehn Tage am Stück, sprichst mit keinem. Und so, das war total krass. Du sitzt, ich saß da mit einer Panikattacke, bis die Panikattacke in Einzelteile auseinandergefallen ist, bis ich hier realisiert habe, das Körpergefühl ist eins, der Gedanke dazu ist eins, und das Gefühl, also quasi, das Gefühl ist nochmal, sind drei separate Sachen, die miteinander nichts zu tun haben. Da ist mir klar geworden, okay, du kannst jede von diesen Schrauben einzeln stellen auch. Das heißt, du kannst deine Gefühle programmieren, du kannst deinen Körper programmieren, und du kannst quasi auch, was du empfindest, verändern, je nachdem, wie du dich selbst programmierst. Dann hatte ich ungefähr zwei oder drei Jahre lang, vor 18 angefangen, mit dem jeden Tag zu trainieren. Wollte ich mal gucken, wie es ist, wenn ich jeden Tag Sport mache, und habe durchgezogen, also habe einen Trainingsplan bekommen, wo ich jeden Tag trainiert habe. und nach Plan gegessen. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich gelernt habe, nach Plan zu essen. Das ist ja wahnsinnig schwierig. Also wirklich, muss man doch sagen. Erstmal schon. Wenn man doch so das erste Mal anfängt, und dann sagt dir einer, du isst hier 2500 Kalorien am Tag, davon hast du irgendwie 200 Gramm Kohlenhydrate, 200 Gramm Carbs, so und so. Mann. Aber es hat funktioniert. Ich hatte irgendwie jemanden, der mir geholfen hat, ein bisschen bei Mahlzeiten Vorbereitungen und so. Und das hatte ich zwei oder drei Jahre gemacht. Und dann bin ich nach Thailand gegangen. Und im Thailand war dieser Lockdown. Und da war ich einfach da geblieben, weil ich einfach, weil mir klar war, das war total so Gott, der mich geführt hat, weil mir klar war, nach Deutschland brauche ich nicht zurückzugehen, hier sind eh keine Shows. Da habe ich überlegt, okay, gehe ich nach New York, da könnte ich arbeiten. Nee, ist zu teuer. Man wusste auch nicht, wie lange dieser Lockdown ist. In Thailand kostet ja das Leben so ein Fünftel von dem, wie es hier kostet. Also, was mache ich? Stelle ich da einen Trainer ein. Da habe ich jeden Tag trainiert. Und er hat Bodybuilding, ist der richtige Bodybuilding-Trainer. Und da habe ich erst mal mitgekriegt, also auch die ersten drei Monate, was anstrengend, bis es irgendwann, wenn du es lange genug machst, passiert irgendwas in dir, wo es einfacher ist, das zu machen, als nicht zu machen. Wo du mitkriegst, dieses Momentum ist da. Und wenn ich es mache, geht es mir gut. Gut, ich bin on top of my Gefühle. Ich bin on top of my Essen. Ich bin fokussiert. Ich bin klar. Ja, ich muss eine Stunde am Tag mit mir selber kämpfen, dieses Gewicht nochmal hochzukriegen. Aber dafür sind die anderen 23 Stunden entspannt. Ich schlafe gut. Ich thrive, wie man so schön sagt. Ja, so und das habe ich bestimmt vielleicht so sechs Monate oder was gemacht und in der Zeit wirklich dann alles gelernt. Und dann ist der Zeitpunkt eingetreten, wo es einfacher war, das zu machen, als nicht. Wo es wirklich einfacher war, das zu machen, als nicht. Und das ist nie weggegangen. Das ist so schön formuliert. Das ist so schön, der Punkt kommt irgendwann, ne? Genau. Wo du halt mitkriegst. Und jetzt ist es halt wirklich so. Das heißt, deine körperliche Transformation war gleichzeitig mit deinem Null-Toleranz-Entzug, mit allem drum und dran. Ne, das war später. Der Null-Toleranz-Entzug war 2012 ungefähr. Das war 2012, 2013 und die körperliche Transformation fünf Jahre später. Aber es gab im Vorfeld noch so Sachen, die man macht, so Unverträglichkeiten testen, was kann ich eigentlich essen und so weiter und so fort. Wobei ich jetzt aus heutiger Sicht sagen würde, ich hätte auch gleich zum Sport gehen können. Weißt du, das ist das, was ich jedem raten würde, weil einfach der Ausstoß von Glückshormonen und weil einfach die Transformation von deinen Gefühlen und von deiner Wahrnehmung so ist, mir ging es auch nie darum, also klar schon schlank auszusehen und irgendwie so eben nicht fett zu sein, aber wenn ich mich jetzt manchmal auf Foto sehe, okay Alter, du siehst ja aus wie Markus Rühl, ich habe ja so wirklich Bilder, also jetzt besonders nach der Diät, wo man ja wirklich freaky aussieht, wo das Ziel aber gar nicht dieser freaky Look ist, sondern einfach der Weg, weil es einfacher ist, irgendwie morgen, wenn ich morgens um sieben Cardio mache, dann weiß ich, ich stehe auf und weiß, was ich als erstes mache. Das nimmt mir voll viel, das gibt mir Freiheit, weil dann brauche ich nicht, ah ja, was mache ich dir jetzt, was mache ich jetzt, sondern ich stehe auf, setze mich aufs Fahrrad. Die halbe Stunde, die benutze ich für Meditation, die nutze ich, das ist um den Kopf gerade, da ist der Kopf schon mal gerade. Und dann hat man irgendwie noch fünf Tage die Woche, wo Training ist, dann ist so wie ein Kampf mit mir selber eben, aber jedes Mal danach, es gibt ja auch die fachlichen Termina, Fight or Flight oder Rest and Digest. Was es einfach macht, ist wenn du nach dem Krafttraining bist, also okay, theoretisch kommst du in Fight or Flight, aber es verlangsamt das Gehirn so, dass die Filme einfach weggehen und dass das Gehirn ganz klar ist. Das ist bei mir das Erlebnis jedes Mal, wenn ich vom Sport komme. Kann ja sein, dass ich hängen geblieben bin oder so, aber so erlebe ich das. Ich glaube, du beschreibst das sehr gut. Ich würde das nicht eintauschen. Das macht mich einfach glücklich und das gibt mir auch genug Fokus des Dinges. Denn bist du eben im Gym und musst dich anderthalb Stunden richtig konzentrieren und darfst dich nicht ablenken lassen von Instagram, von Social Media, von Leuten, die dich voll quatschen. Du musst ja immer wieder den Fokus finden. Und das hilft wiederum bei Shows. Ja, weil ich weiß, ich stehe jetzt zwei Stunden auf der Bühne, zwei Stunden konzentriert zu sein. Warum machen denn Leute wie Helene Fischer, warum sind das alles Leistungssportler? Genau deswegen, weil eine Art von Leistungssport dich zwingt, einfach so fokussiert durch dein Leben zu gehen, dass du keine Zeit für Bullshit hast. Diszipliniert dich, fokussiert dich, du entwickelst ein ganz anderes Mindset. Das ist, wie ich dich erlebt habe. Ich habe mich das gefragt. Wie wurdest du zu diesem Sportfreak, den ich kennengelernt habe? Das habe ich jetzt quasi gerade so ein bisschen erfahren. Das fand ich cool. Ich kann auch so ein bisschen... Ich hätte das nie gedacht übrigens. Ich war der Letzte, also mich hat das ja null interessiert. Mich hat das gar nicht interessiert. Aber es ist halt eine Wandlung. Das kann in jede Richtung gehen. Ich finde es tatsächlich, also ich glaube, du bist, so wie ich es ein bisschen bin und das haben wir alle in dem Sport irgendwie so ein bisschen gemeinsam. Wir sind so ein bisschen Ex-Suchtkinder in irgendeiner Art und Weise. Viele schimpfen und sagen, es ist eine Suchtverlagerung. Es ist von der einen Sucht in die nächste. Ich persönlich sage, dann kannst du wirklich über alles so sprechen. Dann ist deine Arbeit auch eine Sucht. Dann ist tatsächlich alles eine Sucht. Und ich finde, man muss halt unterscheiden, es gibt toxische und es gibt halt wirklich auch produktive Suchtarten, wenn man das so nennen kann. Und ich bin auch persönlich mit der hier sehr, sehr weit gekommen. Die hat meinen Charakter geformt. Die hat mich aus der Scheiße rausgeholt. Und ich glaube, dir geht es genauso. Das war bei mir übrigens auch ein Punkt, der mich so fasziniert hat an dir. Ich glaube, das hast gar nicht du erzählt, sondern irgendjemand über dich oder in irgendeinem Interview, wo du sagst, ey, pass auf, ich war auf dem Scheißweg, ich habe Leuten auf die Fresse gehauen, ich habe Stress mit dem Gesetz gehabt und dann der Sport hat einfach mir geholfen, im Hellen zu leben. Da dachte ich, okay, Alter, das ist mein Junge. Genau mit dem möchte ich zusammenarbeiten, weil der weiß, wovon wir sprechen, wenn man sagt Dunkelheit, verloren sein und bewusste Entscheidung, da hinzugehen, bewusst sich zu entscheiden, dort hinzugehen. Ja, ist Tatsache. Ich kann das auch so sagen, mich hat es ja tatsächlich komplett ins Exil, sage ich mal, auch geführt, bis ins Gefängnis. Das war halt einfach so. Und ich musste, ich hatte schon vorher ein sehr, sehr krasses Umdenken, hatte mich schon sehr viel Richtung Sport entwickelt und bei mir war das so, dass ich irgendwann gemerkt habe, wenn du am Anfang noch Sport gemacht hast, um eben auch stärker zu sein, dich prügeln zu können, Kampfsport gemacht hast deswegen, um der Stärkste zu sein, um dich immer mehr prügeln zu können, dann kam irgendwann so immer mehr der Ehrgeiz heraus und die Motivation, auch ein guter Sportler zu sein. Ich habe mich irgendwann gefragt, warum sind die anderen hier so viel besser? Warum sind die anderen schneller? Warum sieht der besser aus? Am Anfang bin ich wie jeder Vollidiot rangegangen und habe gesagt, ja gut, der nimmt ja auch was. Und irgendwann habe ich gemerkt, nein Mann, das ist es nicht. Irgendwas ist anders, weil ich habe auch was genommen und ich sehe nicht so aus. Und dann kam das irgendwann, ich finde, Stück für Stück zieht dich die Motivation, besser zu werden in dem Sport, weg von allem Schlechten, weil du realisierst, dass alles, was ich hier reinstecke, verhindert, dass ich da gut werden kann. Und dann ist das wie so eine Schritt für Schritt Entwöhnung und plötzlich war ich, ich war irgendwann ein anderer Mensch. Das war ein Wandel, das hat gebraucht. Und ich habe eingesehen, dass ich schon immer so war. Ich habe eingesehen, dass ich halt auf dem falschen Weg war. Ich habe schon immer alle in meiner Umgebung, auch in meiner schlechten Umgebung, positiv beeinflusst. Aber trotzdem war ich leider sehr oft auch die Leitfigur, die eigentlich die negativen Sachen angehauen hat. Weil ich war schon immer so, dass man mir zugehört hat, wenn ich geredet habe. Und das habe ich leider sehr, sehr oft auch falsch eingesetzt, auch unwissentlich. Und das alles hat mir wirklich, kann ich bis heute sagen, hat mir der Sport gegeben, dass ich mich in eine andere Richtung entwickelt habe. Durch und durch. Wirklich. Und ich und dein Team sind so stolz und dankbar, dass du der Coach bist, weil diese Gabe hast du immer noch, dass dir die Leute zuhören und dich ernst nehmen. Und jetzt benutzt du das für eine gute Sache und für eine richtige Sache. Und da machst du auch mit deinen Podcasts hier eine Menge, Menge, Menge Aufklärung und gute Sachen und bringst eine Menge Licht in die Dunkelheit. Das ist toll. Danke. Das freut mich mega. Und ich glaube, deswegen ehrt mich das auch sehr, dass ich dich dadurch erreicht habe. Ich will jetzt auf jeden Fall mal die Geschichte erzählen, wie ich deine Coaching-Anfrage bekommen habe. Das war nämlich auch ganz geil. Ich habe, wie immer, Coaching-Anfragen so ein bisschen durchforstet und dann war ich irgendwann bei deiner angelangt. Ich habe deinen Namen gelesen, habe mir nichts gedacht. Melden sich öfter mal, der eine oder andere, Tomas. Und als ich dann unten deine E-Mail gesehen habe, stand da DJ Tomek at und ich dachte so, Tomek, Tomas, das will mich verarschen, ist er nicht. Also egal, wie jeden anderen rufe ich halt mal an. Wie jeden anderen rufe ich halt mal an. Und somit das Erste, was ich gesagt habe, nachdem du ran... DJ Tomek. Ich so, ja, Dika, ich bin gerade auf Tour, so kurz vor der Show. Samstagabend, 23 Uhr, ich mache mich gerade für eine Show fertig. Und ich rufe ihn an. Ja, ja, genau. Ich so, okay, geil, aber das Tolle war, war ja auch irgendwie 24 Stunden. Das war top. Das war top. Ich habe mich lange nicht getraut. Und ich habe Gott sei Dank einen Kumpel, Harold, der früher ein Profi-Bodybuilder war. Der ist Chef der Security im Berliner Maxim. Der hat meine Reise mitgekriegt. Grüße. Ja, Mann. Grüße an Harold. Der war Profi-Bodybuilder. Ich habe Bilder von dem, wie der mit 18 aussah. Ist alles vorbei. Der sagte, guck mal, weil der hat auch meinen Weg mitgekriegt, dass ich auch zu Ärzten gehe, dass ich auch Blutuntersuchungen mache, dass ich auch irgendwie in Thailand offen war für PEDs und einfach mal irgendwie zu gucken. Der sagt, Dicker, du gibst Geld aus für Ärzte. Du gibst, du isst nach Plan. Du trainierst jeden Tag. Du bist offenbar alles. Dicker, such dir doch mal bitte einen Fernwürfchen-Coach. Hat er mir eine Liste gegeben. Da stand es mir drauf. Ich so, ja Dicker, den kenne ich, den beobachte ich schon länger. Aber ich traue mir, ich weiß nicht. Mann, schreib dem doch einfach mal eine E-Mail. So, weißt du, er hat mich so dahin gestupst. Stimmt. So. Und das war toll. Gut, dann hast du mich angerufen. Das war, wie gesagt, kurz vor einer Show. Warte mal, jemand, der ihn kannte, war das sogar bei mir im Coaching. Paddy. Der Schwarze. Nein, das war nicht Paddy. Das war. Doch, doch, das ist Paddy. War das Paddy oder war das Markus? Das war Paddy. Das war Paddy. Ja, ja, den Seestraße. Die trainieren manchmal zusammen. Ach, Paddy war das? Ja, ja, genau. Grüße an Paddy. Ja. Bester Mann. Genau. So, pass auf, dann hast du mich angerufen. Das war vor einer Show. Ich habe gesprochen, musste gleich auf die Bühne. Dann war ich natürlich ein bisschen aufgeregt so. Dann haben wir uns relativ zeitnah getroffen. Gott sei Dank hatte ich schon, weiß ich nicht, vielleicht vier, fünf Jahre Erfahrung, dass ich trainieren, nach Plan schon mal trainiert habe und nach Plan schon mal gegessen habe. Trotzdem, das Erste, was ich gelernt habe bei dir, war eine vernünftige Ausführung. Das ist so ein Unterschied. Stimmt, unser erstes Personal Training war monumental. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja, ich meine, jeder geht pumpen, aber jetzt, wenn ich Leute im Gym sehe, ja, viel Gewicht, du hast viel Gewicht auf deiner Bank, aber siehst du denn bitte, dass deine Schultern mit nach vorne gehen, dass du die gerade kaputt machst und siehst du denn bitte, dass wenn du einfach nur die Hälfte von dem Gewicht nimmst und aber die Bewegung richtig machst, da gibt es einfach nicht viele, die dieses Wissen haben. Das hatte von meinen Coaches vorher keiner, obwohl es teilweise Profis waren. Also Profis, die selber auf der Bühne waren, die konnten das nicht so vermitteln und haben nicht diese Gabe gehabt. Das muss man sagen. Nee, ist ja wirklich so. So, Trainingsplan, Essensplan und ich habe auch zum ersten Mal mit dir eine richtige Diät gemacht. Sehr erfolgreich, wie man immer noch sehen kann. Ja, wie man immer noch ein bisschen sehen kann, ganz genau. ich habe Spaß gehabt teilweise. Ich habe ja, das war auch wieder so eine Sache, ich habe mich ja erst mal mit Händen und Füßen gewehrt, aber Gegen alles, das ist ganz normal. Ich lerne, ich lerne auch tatsächlich, also, weil es ist ein Unterschied, ist man, ist man nach Makros zählen, damit hatte ich ja schon ein paar Jahre Erfahrung, oder ist man nach Plan. Das ist ja nochmal eine andere Sache, wenn du jeden Tag dasselbe isst, kann dein Körper das ja ganz anders aufnehmen, als wenn du einfach deine Makros zählst und jeden Tag, also ich meine natürlich, wenn ich auf Tour bin, gibt es manchmal mal eine Abweichung oder so, weil man nicht alles so umsetzen kann oder so, aber da war ich eben so dankbar, dass auch wir auch angefangen haben zu arbeiten, und sich die Situation mit der Tour eben auch so weit geändert hat, dass ich zum Beispiel sage, wahrscheinlich will ich nächstes Jahr gar nicht mehr nachts spielen, sondern wahrscheinlich mache ich nur meine Shows, die bis 10 gehen, ein paar Festivals tagsüber, Studio und mache den Fokus aufs Bodybuilding und aufs Studio und eine erfolgreiche Platte, habe einen guten Rap-Partner jetzt und gebe mir das gar nicht mehr, in irgendwelchen Clubs zu stehen, aber ganz einfach, weil das Leben dann noch ein bisschen besser wird. Ich glaube auch, da wandelt sich momentan auch viel nochmal in dein Mindset. Ich kann auch nochmal davon sprechen, dass ich, als wir angefangen hatten mit dem Coaching, hatte er dann das erste Mal meinen Plan trainiert und hat mich markiert auf einer Ruderübung und das war für mich so, als ich gesagt habe, ach du Scheiße. Ja, genau. Aber das ist wie jeder andere rudert. Das heißt, ich muss immer so ein bisschen die Leute aus dem rausholen, was alle machen, aber weil alle machen, ist das gut, das ist tatsächlich nicht so. Das macht wirklich einen Unterschied, das macht wirklich einen Unterschied. Ich wusste gar nicht, ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, hätte ich, und ich habe wirklich mit Trainern gearbeitet, die viel Geld auch nehmen, ja, so ist es nicht. Du weißt ja, wie die Preise sind, ja, aber eine richtige Einleitung, wie die Übung funktioniert, worauf es ankommt und wie man korrekt die Muskelkontraktion durchführt und wie man die Muskelentspannung, also quasi Dehnung, genau, wie du das quasi richtig machst und dass da der Fokus drauf zu legen ist und möglichst eben die Gelenke rauslassen und so wenig belasten und so, da musst du ja erstmal drauf, also da muss dir einer das richtig zeigen, so und die meisten können es, glaube ich, einfach nicht. Ich glaube, die meisten oder haben nicht die Gabe, das so zu erklären. Vielleicht machen sie das für sich selber, aber du hast ja auch so deine Tricks, wo du sagst, jetzt stell dir vor, du würdest die Arme am Körper nach unten ziehen und nicht zur Seite. Das sind so deine Dinger, das ist ja auch dein Trainingssystem. Ja, ich hatte, glaube ich, das Glück auch irgendwo oder bin so privilegiert in Anführungsstrichen, dass ich ab dem Moment, ab dem YouTube ein bisschen nach oben gegangen ist, konnte ich mich halt für Coaching anfragen nicht mehr retten seitdem und im Gegensatz zu dem, was viele machen, was ich auch immer mehr mache, hauptsächlich Online-Coaching und kein Personal-Coaching, weil es einfach mehr Arbeit ist, habe ich halt, weil ich aus dem Bereich komme, dann auch immer die Personal-Trainings mit nach oben potenziert. Ich hatte teilweise, ich habe das jetzt zurückgeschraubt, ich hatte teilweise die Woche, glaube ich, 50 Stück oder so, also es war richtig krank, es war richtig ganz, ganz, ganz viel und irgendwann hast du, ich kann wirklich sagen, ich weiß nicht, ob ich es sogar sagen kann, ich hatte tausende Personal-Trainings, ich habe so viel Personal-Trainings gehabt, ich habe jeden Menschen, den man sich vorstellen kann, jeden Typ Menschen im Personal-Training gehabt, von Bewegungslegastheniker bis hin zu Profi-Bodybuilder. Ich habe gesehen, in einem Rollstuhl hast du, hast du, genau, wo du einfach teilweise ganz andere Voraussetzungen hast, dann hast du Unternehmer, Politiker, ältere Leute, sind alle dabei und im Endeffekt sind wir alle auf der gleichen Ebene und haben irgendwie das gleiche Ziel und irgendwann merkst du einfach, wie du es jedem beibringen kannst und das funktioniert bei jedem, irgendwann hast du das einfach und ich glaube, das ist so das, jetzt habe ich die Personal-Trainings ein bisschen runtergefahren, aber daraus kann ich immer noch so ein bisschen ziehen und deswegen hat das bei uns sehr gut funktioniert und ich muss auch sagen, du hast es gut angenommen, du wolltest das auch, das ist, denke ich, ein großer Punkt und dann kam das Vorhaben, wir machen eine erste Diät, die allererste Diät. Das ist natürlich geil gewesen, weil ich da nochmal so eine Mindset-Wandlung von dir erlebt habe. Ich weiß noch, wie ich versucht habe, dir zu vermitteln, dass du bitte morgens nüchternes Kardio machen sollst. Das war auf jeden Fall. Hatte ich gar keinen Bock drauf. Und so wie das eben ist, nach, weiß ich nicht, drei Wochen oder so, dann, ich weiß nicht, kam irgendwie eine Woche, wo ich einfach mal einen guten Lauf hatte, vorher das mal ausprobiert, 14 Tage am Stück gemacht, dann zwei Tage nicht gemacht, mitgekriegt, okay, wenn du es machst, ist einfach der Tag noch ein bisschen geiler. Deswegen, also ich glaube, es ist alles immer eine Routine. Was mich interessiert, das war auch ganz witzig, am Ende der Diät wollte ich ja weitermachen, wo du sagst, nee, das war ja auch total wichtig, ja. Der Tunnel. Genau. Dein Spruch ist ja, okay, der Mensch ist ein Gewöhnungstier, egal an was du dich gewöhnst, das machst du dann. Und deswegen brauchen auch Profis Coaches, deswegen coachst du ja auch Profis. Ja, weil die natürlich auch in ihren Tunnel drin sind und einen brauchen, der oben drauf guckt. Genau. Das ist halt das Ding, also das ist völlig egal, wer du dann bist. Du kannst dich, irgendwann bist du im Tunnel und da muss dich halt einer rausholen. Es ist sehr schwer, das selbst zu tun, es geht meistens nur schrittweise. Und es ist auch schwer, das mit anderen zu machen. Weil eine Diät ist nicht schwer, schwer ist es, die Diät aufzuhören. Eine Diät kriegt man hin. So, aber rauskommen ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Also ich muss sagen, was schwer in der Diät war, ich war als Kind Polemiker, das kam immer wieder, das kam in der Diät ein Stück auch wieder. Weil der Körper kriegt so wenig Nahrung, dass der irgendwann verrückt spielt. Aber auch da gilt es, eigene Grenzen zu finden und an eigenen Grenzen und auch Lifehacks zu finden, wie gestalte ich mein Leben, dass ich es machen kann. Und das ist ja dann, okay, wie gestalte ich denn, dass es funktioniert? Muss ich vielleicht auch ein bisschen mehr essen? Muss ich mehr trinken? Muss ich länger schlafen? Bei mir ist das dann so, dass ich irgendwie sechs Uhr morgens aufstehe, mich aufs Fahrrad setze, weil ich das zweite Training nicht gern so spät habe. Also spätestens 14, 15 Uhr, danach ist mir die Gyms zu voll und ist mir zu spät einfach auch. So. Und das sind so Sachen, die man lernt einfach. Dazu muss man halt auch sagen, das ist ja etwas, du bist ja zu mir auch gekommen, schon als sehr, sehr erfahrener Sportler. Du hast sehr lange Training gemacht. Das heißt, die Diät, die wir gemacht haben, war natürlich eine Diät. Wir haben uns von Anfang an gesagt, das wird eine radikale. Wir wollen das so fast wie eine Wettkampfdiät gestalten und ihn so richtig runterziehen. Und das sind dann halt Extremsituationen. In einer normalen Diät wirst du niemals das Problem haben, dass du mit solchen Gedanken zu kämpfen hast. Aber, und das habe ich dann auch wirklich sehr bewundert, du hast dich mir gegenüber immer sehr ehrlich und offen ausgekotzt. Ich habe deine ganzen Diätphasen miterlebt und konnte richtig beobachten, wie du sie überwunden hast und wie du dann wieder eine Stufe weiter warst. Überwunden, weiter, überwunden, weiter. Und dann sind wir da raus und du siehst besser aus denn je. Jetzt kannst du noch mal verraten, wie alt du bist? 48, glaube ich. Glaubst du? Also ich bin 75 geboren, jetzt haben wir 23 Jahre, 48. 48 Jahre DJ, du bist, das schreibe ich immer in die Post. Seit 30 Jahren auf der Bühne. Wahnsinn, du bist einfach der fitteste DJ Deutschlands. Das bist du. Wahrscheinlich der Welt. Denke ich auch. Also, was mir die Leute schreiben, habe ich bei Facebook noch gerne geschrieben, ich hoffe, ich sehe dich bei Mr. Olympia und so. Das ist ja wirklich, nee, aber das macht mir einfach Spaß, ja. Und, und wie gesagt, 30 Jahre auf der Bühne, am Anfang Riesenprobleme nachts zu schlafen, ist Gott sei Dank jetzt besser geworden. Aber das ist natürlich, wenn du 30 Jahre auflegst, 30 Jahre nachts auf der Bühne bist und in den ersten 15, 20 Jahren war das ja drei, vier, fünf Mal die Woche, mit Reisen, also so wie David Guetta und andere, das habe ich ja vorher auch gemacht, ja, das ist quasi der Lifestyle, wenn du erfolgreicher DJ bist, dann bist du heute in Frankfurt, morgen in Lissabon, übermorgen in Dublin und den Tag danach in New York, das habe ich bestimmt zehn Jahre lang gemacht. Das hinterlässt auch seine Spuren. Würdest du sagen, weil du auch gesagt hast, du bist offen für PEDs, würdest du sagen, irgendwann in diesem Verlauf ist dir aufgefallen, dass deine Hormone vielleicht durch den ganzen Lifestyle auch zerschossen waren? Ist das so der Grund gewesen? Ich will sogar genau sagen, wann. Okay, krass. In Thailand, es ist ja so, als ich in Thailand war, habe ich mit dem Trainer auch über alles gesprochen. Ich hatte Erektionsschwierigkeiten. Sag, dann mach mal TRT. Ich so, Digger, ich bin zwölf Schritte, ich trinke keinen Alkohol, ich mache mit Sicherheit kein TRT, vergiss es, Alter, quatsch mich nicht voll. Doch, lass dir mal ein paar Eier wachsen, mach mal TRT, geh mal zum Arzt. Ich bin zum Arzt gegangen, Arzt macht eine Messung, sagt, ja, könntest du machen, du musst jetzt nicht, aber könntest du, davon würde deine Libido besser werden, da kannst du so und so und so. Blutuntersuchung, ganz normal, Nierenuntersuchung, komplett alle Organe, ja, könntest du machen. Okay, alles klar. Probiert, dicker Game Changer. Also wirklich Game Changer und wir reden von 45. Also wir reden von einem Alter von wirklich Game Changer. Wie viel hast du da bekommen, weißt du das noch? Wie viel Milligramm? 2,50 die Woche. Also das war 2,50. Diese Gauner in Thailand, das ist auf jeden Fall schon mehr als eine TRT. Das ist auf jeden Fall eine großzügige TRT. Das war 2,50, das war eine sehr großzügige TRT. Aber das kann ich mir vorstellen, das hat viel Sinn gemacht. Das ist in Thailand legal, ja, und da gehst du in jede Apotheke, jeden Arzt, sag dir, mach doch. Und sagst, natürlich überwache ich dich, weil du bezahlst den ja, aber es ist eine komplett andere Ausgangssituation. Standest du bis dahin zum Thema Stoff? Du hast es ja mit Drogen gleichgesetzt so ein bisschen. Ja, naja, vor allem auch, ja, ja, genau. Kann man auch. Dadurch, dass das ja auch so stigmatisiert ist, da spricht ja keiner drüber. Und wenn drüber spricht, das ist ja das Problem. Dadurch, dass das so stigmatisiert ist, spricht keiner drüber. Und wenn einer drüber spricht, sind es die pubertierenden Jungs, weil die großen Jungs, die es oftmals machen, trauen sich nicht drüber zu sprechen, weil sie dann in ihrer Arbeit Gefahr laufen, dass das zurückschlägt. Und das ist furchtbar. Ich war sechs Monate dort, habe es gemacht, das war lebensverändernd, bin nach Deutschland gekommen, bin in die Charité gegangen, habe eine Blutuntersuchung gemacht. Guten Tag, ich komme aus Thailand, ich habe sechs Monate TET gemacht, ich möchte jetzt bitte eine vernünftige Blutuntersuchung. Ich möchte jetzt bitte, pass mal auf, ich möchte eine Blutuntersuchung, dann möchte ich wissen, hat mir das in irgendeiner Weise geschadet und wenn nicht, kann ich das weitermachen, würden sie es mir verschreiben und so weiter und so fort. So ganz normal, zum Arzt, zum Arzt, mit Arzt gesprochen. Die haben mich immer zum nächsthöheren Arzt geschickt, ja, die haben mich ange, ich denke, warum gucken die mich denn so komisch an, ja, die haben mich immer zum nächsthöheren Arzt geschickt und dann hast du so, wenn ich mich mit den Schwestern unterhalten habe, ja, ja, das machen wir alle hier, aber keiner spricht drüber, das war so. Das waren so teilweise die Worte, so, weißt du, so und die Ärzte haben dann, bis ich beim Chef war und der Chef sagte, passen Sie mal auf, ich werde hier dafür bezahlt, dass ich ihnen sage, sie dürfen es nicht machen. Das war Ende vom Gespräch. Keine persönliche Meinung kann nichts, einfach geradeaus, das ist mein Job, ihnen zu sagen, dass sie das nicht machen. Wie sahen deine Blutwerte aus? Warst du bedürftig dahingehend? War das Testosteron schon wieder so weit unten? Das kann ich jetzt nicht mehr sagen, das weiß ich nicht. Das war kurz nach, einen Monat, nachdem ich aus Thailand wiedergekommen bin, ich konnte die nicht lesen, wie auch immer. Ich wollte einfach mal mit... Das ist auch ein Problem hier, du kriegst die Blutbilder, die zu sehen. So, du kriegst ja gar nichts zu sehen, es sagt dir ja keiner was, es spricht kein... Es ist so schwer, in Deutschland da einen vernünftigen Arzt zu finden, mit dem man sich normal unterhalten kann. Gut, ich reise ja nun Gott sei Dank recht viel, bin zwischendurch in Amerika, dort ist zum Beispiel HGH-Therapie ganz normal, du gehst zu einem, da machen das Dieticians, das heißt, ein Ernährungstyp macht eine HGH-Kur mit dir, das ist normal. Aber was war dann für dich erstmal der... Du kommst hier also an, dir geht es besser denn je und dir wird erstmal gesagt, no. Ne, genau, du wirst erstmal gesagt, no. Und dann, was war da für dich die Konsequenz? Also wie hast du dich gefühlt und was hast du dann gemacht? Das heißt ja für dich erstmal, okay, das war's. Na, ich hab, genau, und ich hab dann mit Kumpels, mit Ärzten gesprochen, dann kommen die Buddies ins Spiel, die sagen, na klar, machen wir doch alle, so und so und so, hier und da und so. ist aber okay, aber besser wäre ein Arzt und dann hab ich tatsächlich durch einen von meinen Freunden, der früher Profi war, einen Arzt gefunden, mit dem ich sprechen konnte, wo ich hingehen konnte, der hat nochmal eine vernünftige, also der hat nochmal alle Werte gemessen, okay, was haben sie genommen, so und so und so und so, ja, alles klar, gut, also hab einen Arzt gefunden, mit dem man sozusagen im Gespräch gehen konnte, der einem zumindest vernünftig beraten hat, wo er gesagt hat, okay, das können sie machen, das können sie nicht machen. Okay. Ich denke auch, also das ist ja auch etwas, das war sehr schwer. Das kann ich hier auch nochmal kommunizieren, wir haben das auch schon in einem YouTube-Video aufgenommen, ich glaub das schon draußen, bis das rauskommt. Ich hab jetzt mittlerweile auch eine Kooperation mit einem Arzt bezüglich THT, zu dem ich meine Leute, ja, zu dem ich meine Leute schicken kann, die wirklich noch Hormonschwäche haben, diagnostiziert auch von mir, über ein Blutbild und so weiter, und ich kann dann zu ihm die Leute nochmal schicken, er macht nochmal eine Auswertung, macht einen Check und er kann ihnen das Testosteron dann wirklich verschreiben. Verschreiben, das ist auch ganz wichtig, Das muss man wirklich mal sagen, und das auch nur dadurch, dass man so offen darüber gesprochen hat und diese Leute, auch die Ärzte, darauf aufmerksam wurden. Ich glaube, wir haben so ein kleines Umdenken, das aber sehr, sehr langsam kommt. Aber Gott sei Dank machst du die Aufklärungsarbeit und das ist dann auch wirklich ein Unterschied, ob eine 18 oder Mitte 40 ist, weil mit Mitte 40 hast du einfach extreme Benefits davon. Also du hast wirklich, das ist einfach eine andere Welt, mit 18, mit 20, mit 30 hat das doch keinen Interessiert, also weißt du, aber mit Mitte 40 ist das ja durchaus ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Wenn ich mir Leute angucke, ich habe ja mit Männern in meinem Alter viel zu tun, oftmals reden Leute von Depressionen, das ist gar keine Depression, die haben einfach Testosteronspiegel unten, alles zerschossen, die sind einfach, machen nie im Leben Sport, wo willst du denn da anfangen? Also das habe ich wirklich oft, dass die Männer wie ein Häufchen Elend sind. Wir leben hier auch in so ein bisschen in einer Gesellschaft, die einfach abverlangt, 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 arbeiten, arbeiten, arbeiten den ganzen Tag und ein wichtiger Punkt eben, was die gesundheit, was die hormonelle Gesundheit anbetrifft, wird da eben gar nicht besprochen. Dabei kann dir die Lebensqualität wirklich signifikant erhöhen. Es ist auch der Stress, der dich runterzieht. Genau. Das ist der Stress und es ist der natürliche Verfall, der ganz normal ist durch die Hormone. Das heißt, du hast einfach diesen Weg und der lässt sich auch nicht bestreiten, der ist bei jedem Mensch gleich. So ab dem 25. Lebensjahr sinkt das HGH, das DHA, Entschuldigung, das ein Synthesehormon ist, für zum Beispiel unser Testosteron oder bei den Frauen Östrogen und auch ein weiterer Killer ist natürlich Stress, hohes Cortisol. Genau. Den habe ich als DJ natürlich 30 Jahre gehabt. Wollte ich gerade sagen. Dadurch hatte ich mit Mitte 40 die Situation, dass ich teilweise Erektionsschwierigkeiten hatte. Ja, wenn ich da ständig auf Viagra fahre, klar kann man machen, das kriegst du einfacher verschrieben, aber da komme ich mir einfach vor wie ein alter perverser Lüstling. Ja, das ist doch scheiße auf die Lauer. Das löst ja auch nicht das Problem. Weißt du, wie ich meine? Viagra löst Libido, aber du wirst dir auch im Kopf weiter verschleißen. Das ist genau das Problem. Das ist genau das Problem. Und deswegen ist es Gott sei Dank, hast du eine Kooperation mit einem Arzt, wo man Männer in einem Alter wie ich hoffentlich Sport machen, hoffentlich sich vernünftig ernähren, einfach mal ihre Blutwerte checken lassen, einfach mal Hormone checken lassen und einfach mal sich vernünftig einstellen können. Das hat was mit Lebensqualität zu tun. Wo ich sage, bei PEDs, PEDs sind nicht die Lösung, aber keine PEDs sind auch nicht die Lösung. Das heißt, das ist der Lifestyle. Das heißt, wenn du gerne Sport machst, ist eh schon die halbe Miete. Das ist einfach die Lebensveränderung Nummer 1. Das war bei mir drei, vier Jahre. Einfach jeden Tag gemerkt, was es macht. Dann gelernt, nach Plan zu essen. Okay, das ist ja nochmal ein Riesenunterschied. Und dann sich anfangen, mit einer Maßnahme auseinanderzusetzen, die dein Leben in eine Bahn bringt, dass du wie ein normaler Mensch funktionierst. Das heißt, wir reden nicht von Stoffen, sondern wir reden von gesund einstellen. Wir reden von gesund einstellen. Und dann hast du, glaube ich, eine gute Voraussetzung, um einfach in Würde zu altern. Das klingt auch, glaube ich, gut. Naja, ist doch so. Ich denke auch, das ist genau das Ding. Und muss auch dazu sagen, ich denke, Leute wie du und auch viele, die ich jetzt in meinem TRT und Quality Aging Coaching habe, die wirklich extrem gut im Leben stehen, Unternehmer sind. Und es bilden sich Gruppen, Menschen reden offen darüber. Also es ist immer offener, immer mehr stehen dazu. Es ist wichtig, dass wir darüber reden. Es gibt Stoffen und es gibt Hormone einstellen. Das sind einfach unterschiedliche Dinge und es ist wichtig, dass wir da unterscheiden. Und je offener man darüber spricht, desto besser. Ich glaube, dir geht es besser denn je, kann man wirklich sagen. Du hast doch die beste Form, die du je hattest. Und auch meine Lebensqualität ist am besten. Mein Schlaf hat sich normalisiert. Das war ja auch in Zusammenarbeit mit dir, dass der Schlaf sich normalisiert hat. Da haben wir auch mit Peptiden gearbeitet. Peptide, das war sensationell. Also muss man wirklich sagen, ich habe vorher, so wie man das selber macht, mit Melatonin, dies, das, jenes. Dicker, vergiss es. Such den vernünftigen Coach. Sprich mit dem. Geh zu Mike. Weißt du, was ich meine? So, 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 so. Das Problem war innerhalb vielleicht von zwei Monaten deutlich besser und jetzt nach sechs Monaten gelöst. Ich werde einfach abends um zehn müde und um elf gehe ich ins Bett. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich um sechs aufstehe und um sieben mein Cardio mache. Die Routine wieder. Ja, genau. Aber deswegen sage ich, es ist der Lifestyle. Der Lifestyle ist der Schlüssel für alles. Genau. Also man könnte sich Peptide reinhauen, man könnte Testo nehmen, man könnte machen, was man will. Wenn dein Lifestyle scheiße ist, bist du scheiße. Das heißt, Ja, dir wird es nicht gut gehen. Genau. Weil ich auch immer merke, dass diese Videos auch, weil wir jetzt echt schon positiv darüber reden, fast schon so ein bisschen als Werbevideos verstanden werden und sich viele Leute dann auch so motiviert fühlen, sich genau wegen sowas zu melden, merk dir bitte eine Sache. Wenn du nicht bereit bist, deinen Lifestyle zu ändern, genau. Wirklich, deinen ganzen Lifestyle. Wenn du nicht bereit bist, gesund zu essen, Blutbilder zu machen, dafür viel Geld zu bezahlen, damit deine Gesundheit kontrolliert wird, Sport zu integrieren, einfach dich komplett zu ändern, dann werde ich niemals mit irgendjemandem von euch mit Hormonen arbeiten. Genau. Und die Reihenfolge ist erst mal Sport, dann Ernährung und dann, also das sind quasi die, also du musst vorher A und B machen, bevor du anfängst, T zu machen. Also das ist ja irgendwie das, was unglaublich wichtig ist. Genau. Ich denke, das ist glaube ich auch nochmal ein gutes Schlusswort von jemandem hier, der wirklich alles gesehen hat, der von 0 auf 100 eigentlich, hier nichts hatte, überrannt wurde von Weltruhm, von Geld, von Drogen, von Fame, von Schlangen, sich dann erst mal zurechtfinden musste, tief gefallen ist, was ich auch sehr gut kenne, sich dann neu geordnet hat und den Sport gefunden hat, den wir alle so lieben hier. Deswegen danke ich dir mega für diese offenen Worte, für dieses geile Interview. Steht wie gesagt auch alles in seinem Bauch. Ich lebe für Hip-Hop, gönnt euch das mit Widmung von DJ Tomek und ich danke euch allen fürs Zuschauen, lasst gerne ein Abo auf dem Kanal da. Wenn ihr mehr solcher Talks haben wollt, schreibt doch mal in die Kommentare, mit wem ihr das gerne haben wollt und teilt das Video, damit viele Leute diese Message sehen können und ansonsten Coaching-Anfragen an www.coachironmike.com Supporten könnt ihr mich mit Code Mike 10 bei BigZone.de und ansonsten war es das für heute. Dankeschön an DJ Tomek. Tut uns den Gefallen, bleib Gangster. Ja, der musste sein. Bis zum nächsten Mal bei Iron Mike. Ciao. Geil.